Zweimal, eins Warte Der oben, ne, warte, ein bisschen weiter noch Oh man! Der hier geht auch schon an die ganzen Arscher Ah scheiße Hört schon auf bei dem Wie geht denn so ne Scheiße, ey? Ja, da bin ich gerade gescheitert Justus Ja, da müssen wir gleich halt rumkriegen, ey Klar, Sebi schaut natürlich den Sprung zum ersten Jedes Mal beim ersten Mal, den ich sofort immer verkackt gehe Der ist fies, weil man nur so ne ganz ganz kleine Fläche hat Ja, aber man muss genau im richtigen Moment abspringen Ja, ja Aber das Glas ist so klein Ja Soll ich Justus den Sprung finden? Ne Wo du jetzt bist Der Sprung ist schwul Wo ist Justus denn gerade? Hab ich zwar ja nur erst einmal probiert, aber sonst Okay, man kann nicht sagen, dass wenn man den beim ersten Mal verkackt, dass dieser ja scheiße ist Okay, ich hab's geschafft Man kann auch gefehlt haben Man kann auch gefehlt haben Natürlich auch Pfff, boah Mach Boah, hat eigentlich nichts gesehen, weil du vormitteln bist Ja, super, Alter Man Glasscheiben, Alter, Glasscheiben am Arsch, ja Nein, knapp Ist aber echt mies Ich bin hier noch nie weiter als Marvin, weil ich immer zu früh abspringe hier Ja Hier sind Glasscheibenteil Nein, 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 dann falle ich hinten runter Mann, schon wieder, Alter Man muss doch Doppelsprung machen, anscheinend Ja Mach immer Doppelsprung Ich dachte, einer reicht Na, ach, Leute Oh Dann bin ich zu hastig und fail hier ran rum Mann Ja, da sollen wir dann ab hier im Nein, ich mach das nicht, wir machen das noch nicht Ja, gut Alter Mann Wir müssen jetzt mal vier, fünf, sechs Parts haben, ey Ja, ich glaub Parts haben wir jetzt erstmal Ja, ich mach mal nicht, ich fail hier die ganze Zeit auch Ja, ich springe immer viel zu früh auf diese Börercheibe Ja, nein, nein, nein Ja, ich stelle die Musik mal noch leiser, ey, die regt mich grad auf Shut up Musik Ja, endlich, Marvin, woher wir noch die Obendorf, okay LOL, was war denn das jetzt? Ich hör, ich sprung, meintest du den Sprung, Marvin? Ne, einen danach, der ist ein bisschen gay Alter, ich Aber ich hab rausgefunden, dass man Doppelsprung machen muss Mann Ich mach eigentlich meistens Doppelsprung Wie soll man denn so schräg springen? Ja, du musst gerade springen und dann in der Luft so schräg, äh, werden Fuck Alter, das kann ich Nein, jetzt bin ich so, ach, am Arsch, Alter Ne, äh, mal Wieso hast du eigentlich iPod Touch Freeze? Ja Aber ich hatte damals mal einen Kanal, den hab ich so genannt, dann hab ich mich auch so genannt iPod Touch Freeze Jaaaa Also, wie? Hast du Hilfe geschafft? Ja Ehrlich jetzt? Ich, 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 das hab ich, den hässlichen Sprung hab ich grad geschaut Lol, wo muss man jetzt hier hin? Ja, da Ich möchte mal sehen, ob du ausschaut, wo ich schick springen Da drauf Und ich weiß nicht, wie das geht Wirst du mich verkackern? Lol, knapp daneben, so, ich bin zu weit gesprungen Aber okay, das ist ja wohl schaffbar Am Arsch ist das schaffbar Nein, ach, lol So, jetzt bin ich wieder hier, was muss ich jetzt hier machen? Springen Du musst schräg Ja, nein Ich stand doch drauf Aber drück doch direkt Shift Ja, da denk ich doch nicht dran, wenn ich so aufgeregt bin Ich spring einfach schon, äh, ich drück einfach schon am Ende eines Sprungsdrücke schon Also, während ich in der Luftbund drücke schon Shift Shift, Alter, ich taste kein Ding, ey Ja, du hast ja auch keine Ahnung, was das für Tasten sind, du kannst ja auch kein Englisch, ey Mongo So Was hat Mara gesagt gesagt? Schieß grad zu lange rum Haha Nein, jetzt macht er Doppeljump Mh, ich empfinde, ja, das ist mein Quark Ja, 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 ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft Ich bin gay Justus, Justus, wohin? Justus Äh, guck mal nach rechts Da? Ja Läu 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 Läu, das dauert doch ewig Muss man da mit einem Sprung, oder? Oder mit Doppelsprung Doppelsprung Man macht immer einen Doppelsprung Das macht ja keinen Doppelsprung, Alter Ich krieg ja den dunkalen, totalen, totalen Krieskackreiz, Alter Aber irgendwie um die Ecke oder so Doppelsprung, ne? Oder nicht? Mh Äh, wie um die Ecke Doppelsprung, nö Ja, also Was ich dir so stumm vorstellen Okay Okay Aber ganz schnell weh und fast gleichzeitig leertaste, das ist die Kunst Ja, ja Ja, ja Die Kunst, die nicht alle beherrschen Komm Alex, schieß los Ja Jawohl Jetzt fäll' ich wahrscheinlich hier wieder, kann ich jetzt schon sagen Nein, Leute Sauber Du musst jetzt wirklich Doppel-W und Ja, okay Ja, okay Danke, Justus Wohin jetzt? Da drauf? Mann, Alter Ich ohne Spaß jetzt Irgendwann schieb ich dem Schacht, Alter Ja Bäm Geschafft Haha Geschafft Bäm Geil Ja, sollen wir jetzt bänden? Oder sollen wir auf die warten? Mh Wehe, du baust das ab Dann bringe ich dich höchstpersönlich um Mhm Ganz ehrlich Hör auf das abzubauen Ja, ich würd sagen, dann beenden wir jetzt die Aufnahme, oder? Am Arsch, ich hab das Level jetzt noch Schlag mich nicht Boah, dann macht ihr euch entweder den Checkpoint auf, Alter Irgendwann, ich raste gleich aus Der Checkpoint ist auf Ja, komm, dann kommt rüber, Leute Ihr habt das ja wohl geschafft Nein Einmal versuch ich's jetzt mal Ja, okay Alex, sauber Sauber Nein, nein, nein Was muss ich jetzt machen? Hör mal bitte auf, was muss ich jetzt machen? Hallo Hör mal auf jetzt Was muss ich jetzt machen? Wo? Wo bist du? Da, da ist das Schwerste Wo bist du, wo bist du? Ach, da hinten Ähm, du musst nicht bis ganz zum Ende durchlaufen Du musst also ungefähr auf halber Höhe von dem Ding, da musst du abspringen und dich dann direkt nach links drehen Doppel W? Ja, aber nicht ganz durchlaufen, sonst sprichst du zu weit Ja Ja, okay, komm, wir machen shit Es dauert zu lange Hm Ja, da bin ich jetzt aber eigentlich auch für, sonst wird das irgendwie zu langweilig, habe ich das Gefühl Nein, wir zählen, wir zählen uns die passende Länge Einen Versuch noch hier Ja, okay, einen Versuch noch Bis ich nochmal an der gleichen Stelle da bin Ja, okay Dann bin ich's Ich weiß, dass du dich zu machst Gar nicht wahr Ja, okay, bevor du die abbaust Nein Es ist gut, es ist gut, es ist gut Ich raste gleich aus, ich raste gleich aus, ich raste jetzt mal Ja komm, einen Versuch noch, okay, dann bende ich die Aufnahme Das schaffst du jetzt Los geht's Au, au au, hör auf, ist gut, Justus ist gut Ja, du hast es ja so ein Fenster Ja, ich habe ja so ein Fenster Boah 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 Ja, der macht keinen Doppelsprung Ja, sauber Nein, Justus was macht mario überhaupt der doch der ist sind aufgase als fünf minuten was macht der doch auf alter warte wo ist wasser wir müssen mal irgendwo in wasser schubsen ja ja wo ist wo ist wasser hier naja ich glaube wir schlagen ihn er tot weil er keine diamantressomat ja dann schlagen wir den tod das sind tot schlagen wenn er sich die ganze zeit porno videos anguckt das ist seine schuld auch sorry alex ich bin jetzt bin ich wieder da ich bin wieder da ist wieder nach oben schade marmins machen porno ist fertig hallo ja wo bist du jetzt warte ich muss dich suchen ich muss dich suchen ach so da ist ja der checkpoint jetzt machst du kannst ja noch weiter probieren alex damit du dann im nächsten part hier drauf bist ja warum hat es auch nicht geschafft der penner okay dann wünsche ich euch noch einen schönen tag oder ihr mit sich hat auch also ihr wünscht jetzt bin ich verwirrt ist auch egal jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt nein das muss ich machen ungefähr auf halber hier bis zu kanten und springen ja ich bis zur äußersten kante ja wunderschön und jetzt mussten da rechts drauf und doppel w jetzt nicht schön nein nein der ist doppelt weit ohne ich habe ich habe einmal leertaste gedrückt ja ganz normal und der ist doppelt weiter gesprungen du hättest es geschafft richtiger hurensohn richtiger hurensohn ach jetzt ich bin mir auch noch hier runter am arsch ich habe das ganze map gehabt ich richte dich so verarscht ich war da oben drauf ja okay dann wünsche ich euch okay dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal tschau tschau tschüss